Herzlich Willkommen bei Eumeli LP zu einer neuen Folge von unserer Sims 2 Waisenhaus Challenge. Im letzten Part, der auch schon wieder ein bisschen länger wurde, als sie es eigentlich geplant hatte, haben wir es geschafft. Anton, unser großer Anton, ist total verknallt in die liebe Conny, die da steht. Und er hat mit ihr geflirtet und weil das alles so super gelaufen ist, haben sie sich auch direkt das erste Mal geküsst. Und das war einfach nur himmlisch und traumhaft und super, super schön. Und ich habe schon gesagt, ich werde jetzt das wahrscheinlich so machen, weil ansonsten kommt man ja unter der Woche eh kaum dazu. Ich will mit den beiden unbedingt ein Date veranstalten. Das ist keine Bedingung aus den Regeln. Ich habe den Punkt für den Kuss auch schon aufgeschrieben für den ersten. Aber ich finde, das passt einfach. Gerade es ist Sonntag, es ist nichts los, die beiden sind zusammen. Ja, und wer weiß, vielleicht hilft uns das Date, um da eine feste Beziehung draus machen zu können. Und deswegen wäre mir das wichtig, dass ich das jetzt einfach auch mal mache. So, ansonsten, was ist los? Adrian hat sich seinen Freund Timo eingeladen und seinen Wunsch erfüllt, sich mit ihm anzufreunden. Deswegen ist er gerade platinmäßig drauf. Und die spielen da natürlich mal wieder super gut. Was macht denn eigentlich die Beate? Die Beate ist am Duschen. Die könnte doch dann eigentlich hier auch mal mitmachen, wenn sie möchte. So, Susanne telefoniert mit ihr Malte. Der Jörg, habe ich festgestellt. Ich kriege ja hier nie was mit. Das ist ja immer das Schlimme. Das läuft ja alles an mir vorbei. Jörg ist am Eisenbahn spielen und hat draußen den Garten hoffentlich gemacht. Und hat einen ganz neuen Wunsch. Er möchte heiraten. Ja, bitte. Ich werde ihn mal anklicken. Ob das was wird, möchte ich bezweifeln. Was ist denn das andere daneben? Sauberkeitspunktfähigkeit. Ja, dass Alfred ein Überflieger wird, erreiche ich, glaube ich, eher als dass du heiratest. So. Mal gucken. Hier war noch so einiges, was wir zu tun haben. Sag mal, du hast... Ah ja, stimmt. Das letzte hatte ich nur gedüngt und kam nicht mehr zum Pflanzen. Genau. Wir haben Paprika, glaube ich, Aubergine gepflanzt. Und dann könnten wir doch noch mal... Wie wäre es noch mit ein paar Erdbeeren? Ich glaube, die sind zwar eh schon... Ja, die Gurke ist auch abpflanzend. Komm. Schmeiß den Kram weg und dann kannst du hier noch mal eine Gurke und eine Tomate pflanzen. Und was machen die anderen Sachen? Da musst du einsprühen. Okay. Und was ist hier? Äh, ja, das machen wir dann. Gut, da muss ich auch aufpassen. Die ist am Telefonieren. Mit ihm mache ich gleich ein Date. Ne, 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 ne. Du gehst da jetzt nicht spielen. Das weg ist mal schnell. Er ist am Essen. Er unterhält sich oder tanzt mit Susanne. Schlambada. Genau. Ah, super. Ähm... Ja, zusammen tanzen. Ne, was kannst du denn machen? Kämpfen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warum kämpfen? ein Geschenk geben, spielen. Nee. Also, irgendwie will das mit den beiden nicht so richtig funktionieren. Dann machen wir es anders. Oh Gott, jetzt will er unbedingt was essen. Nein, dann essen ein Sandwich. Dann macht ihr ein Sandwich da. Macht ihr ein Sandwich und überlasst die Susanne dem Alfred. Ist mir auch recht. So, und Tamara, Tamara, Tamara ist nämlich immer noch hier irgendwie am Spielen mit einer, die wir gar nicht kennen. Ich weiß noch nicht mal. Ich glaube, die ist kein Teenie. Das ist soweit. Ich weiß, eine Erwachsene, diese Beatrix Berger. Ja, sie hat eigentlich auch Hunger und trennt immer noch in ihrem Schlafanzug da durch die Gegend. Das ist doch nicht normal. Mädel, mach du dir auch bitte mal irgendwas. Oder warte mal, du gehst mal schnell duschen. Mich nervt das, wenn du dauernd hier im... Och, da ist ja noch jemand drin. Mach doch mal, dass du da rauskommst. Wieso badest du überhaupt? Kind, raus da. Vergiss das mit dem Baden. Ich hasse Leute, die baden. Nein, nein. So schlimm ist es dann auch wieder nicht, aber ach, es nervt. Ach so. Ich war hier. Genau. Und du tust bitte üben. Zack. Und dann wollte ich hierhin zurück, weil ich, wie gesagt, ja ein Date haben will. So, du gehst jetzt mal bitte zur Conny zurück und redest mit ihr. Erstmal so ein bisschen ein paar labern und dann würde ich sagen, fragen wir sie, ob sie Lust auf ein Date hat. Oh, tanzen. Ah, küssen. 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 Abknutschen. Oh Gott. Ja, das können wir im Date dann alles machen. Fragen. Ich weiß noch gar nicht, wohin. Ähm... Ja, frag mal, ob sie Lust auf ein Date hat. Genau. Das will ich jetzt wissen. Ihm geht's auch noch super gut. Also von daher... Ich find, sowas muss man einfach mal machen. Vielleicht mal ein bisschen lecker essen gehen. Ja, und mal raus aus diesem Irrenhaus. Wie man so schön sagt. Und, hast du Lust? Ja, sie nickt, sie nickt, sie nickt. Sehr gut. Und dann heißt das, äh... zu Grundstück gehen. Gemeinschaftsgrundstück? Anton und Conny. Jawohl. Und wir wollen, wir wollen, wo wollen wir denn hin? Warte mal, was gibt's denn hier so? Gratensgrüner Garten? Lebensmittelladen? Kinderbetreuung? Museum? Moderne Kunst? Ach, das war das, wo ich letztens war, ne? In den grünen Garten könnten wir natürlich auch gehen. Oder führt er sie richtig schick aus? Guck mal, hat er eigentlich... Er könnte mit ihr auch in die Spitzenspiele gehen. Wäre auch nicht schlecht. Ah, aber das ist so. Nee, komm, er essen ganz lieber und geht mit ihr essen. Das finde ich gerade mal irgendwie lustig. Kaffee Ambiente? Was haben wir da noch mal? Tanz, Tageszeit, Leckereien, freundlicher Service? Na. Was haben wir noch? Einkaufszentrum, Déjà-vu, Nabel der Stadthöhle, des Löwen? Nee. Gemüsehandel, Kumpf, Handeltür, Kulinaria. Was ist Kulinaria nochmal? Was ist mit... Ja, nee. Laden der Wiederkehr, Land der Melodien, Liebeslabyrinth, Lulu Lounge, Monoton, Dingsbooms, Kryptos und... Mann. Ich finde jetzt gerade das, was ich suche nicht. Quelle des Wohlbefindens, Restaurant, Golden 50s. Ich glaube, das passt gar nicht so schlecht. Wir garantieren prompten und freundlichen Service, frische, köstliche Spaß, tolle Musik und jede Menge Spaß. Das klingt schon eher. Ich hatte aber auch mal ein anderes Wusters gab. Sunshine Park, 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 Upgrade-Café. Nee, war das dann vielleicht doch das Kulinaria oder das Ambiente-Dingens, Kirchens? Egal, wir gehen jetzt in die Golden 50s. Ist mir jetzt wurscht, aber da können sie was essen, da haben sie auch Spaß. Da gehen wir jetzt hin. So. Tschüss, Leute. Wir verschwinden einfach mal. He, he, he. Und lassen euch schon wieder allein. Oh Gott, und wenn wir zurückkommen, muss ich unbedingt gucken, was Jörg da gemacht hat. Ich, du kommst mit, Conny. Nicht einfach... Wer ist das? Wer ist das? Ah, Linda Scheuer. Kennen wir die? Brauchen wir die? Ist das ein Teenie? Oh Gott, keine Ahnung. Es kann natürlich sein, ich warne direkt schon mal vor, wenn ich ein Date habe und unterwegs bin, dass das Ganze ein bisschen länger dauert als meine gewollten 20 Minuten. Also, ja, nicht böse sein, wenn es dann wieder ein bisschen ausartet. Aber wenn schon Date, dann richtig, ne? Wir kennen das ja. Fällt mir ein, ich hätte ja vielleicht auch mal auf die... Äh, naja, egal. Ich bin immer noch ein bisschen verwirrt. Manchmal wird mir das ein bisschen viel mit so vielen Sims und allem. Aber, ach, es macht Spaß. Wie geht's überhaupt bei euch? Äh, ich hab lang nichts mehr gehört, was eure Challenge da so macht, wie euer Stand ist, ob ihr schon durch seid, ob ihr alle groß bekommen habt oder wie auch immer. Wär schön, wenn ihr mir da nochmal ein Feedback gebt. auch gerade, was eure Teenies vielleicht so gemacht haben, ob ihr den Fall hattet, dass ihr vielleicht auch ein Kind vom Sozialamt abgenommen bekommen habt oder, oder, oder. Also, echt nett. Oh, da ist die Fanny. Ich glaub, die ist wirklich ein Teenie. Die sieht Teenie-mäßig aus. Hi, Fanny. Aber jetzt hab ich keine Zeit für dich. So, was wollen die beiden denn? Erstmal gucken. Erstmal ganz nochmal gucken. Ja, sie will essen gehen. Oh, sie möchte den Kochwettbewerb abgewinnen. Ja, so eine bist du. Stehbluse mit Anton tanzen, mit Anton sprechen und essen gehen. Natürlich. Ja, eigentlich, weißt du was, machen wir doch das jetzt. Äh, fest. Hm, ich kann das nämlich ändern. Conny unterhalten und mit ihr sprechen. Ja, das ist gut. Und, äh, ja, du hast nicht so viele Wünsche, du. Also, wir reden erst nochmal ein bisschen Tratschen und über Hobbys reden, Spiele und unterhalten natürlich noch. Äh, wie wär's denn mal mit einem Breakdance? Das wär doch mal ganz was Tolles. Äh, nee, nee, ich will das Ding da weghaben und zack. Ja, genau. Erstmal über Fanny Tratschen, das war klar. Aha. Oder Tratsch dir über die Köchin da in dem Laden, dass sie das Essen anbrennen lässt. Ja, ja. ja. Einer Freundschaft fürs Leben will sie mit ihm. Toll. Ja. Und, wie findest du das? Ist das gut oder was? Ja, haha, gut, okay, was, was, was jetzt? Äh, sich mit Conny fotografieren lassen. Hat sie Angst davor? Nee. Das ist doch mal eine super Idee. Ich wusste gar nicht mehr, dass hier so ein Fotodingens ist. Ist hier so ein Fotodingens? Ich bin hier, ach Gott, hier sind wir. Ich hatte ganz anderes Lokal eigentlich im Kopf. Ganz anderes. Ich hab das mit irgendwas anderem verwechselt. Äh, ja, gut, okay, äh, gehen wir doch mal Fotos machen. Komm, geh mal rein da und nimm sie mit. Das ist eine gute Idee. Das macht bestimmt Spaß. Äh, Conny, äh, nein, 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 mitmachen. Äh, 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 hier, mitmachen. Conny, komm mit, komm mit, komm mit. Ich kann mich nicht ohne dich fotografieren. Das ist, das ist, ja. Stopp. Äh, jetzt kann ich wieder nichts auswählen. Auch ist es wieder zu spät gewesen, wo sie reinkam. mh, mh, hallo. Foto machen, romantisch. Das muss doch als Beweis her, also, ne? das ist es doch. Yeah. Und sie will stehlos mit ihm tanzen, das ist gut. Ah, guck mal da. Ähm, und dann tust du mal hier hingehen. Und, äh, stopp. Äh, 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 nein, 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 ähm, dann mal wertschätzen, bewundern. Und, äh, 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 tanzen klassisch. Ja, da ist stehlos. Ich würde ja auch gerne mal tanzen klassisch ausprobieren, aber, ja Gott, die haben halt bei ihren Dates immer nur den Wunsch nach dem Stehen. Ja, ja Gott, ich halte schon mal hier. Ja, ja, knallt die Augen nicht so zusammen, das sieht nicht so schön aus. Ah, sie haben sich verliebt. Ach, wie süß. Ich bin, guck mal da, von Arm aus Pfeilen getroffen. Kopf auf Schulter, Hände ein bisschen tiefer und schmusen. Oh, ist das süß. Ich finde das so toll mit den beiden. Oh. Und die Musik passt auch gerade super zu einem Stehenus. Oh, Lone Black. Ja, ist das schön. Äh, hallo? Hilfe. Eben, dachte ich schon, es bleibt hängen. Ich muss mal kurz. Äh, hier. Oh, 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 mehr. Und die Fanny guckt und denkt, oh, den Typ hätte ich ja auch gerne gehabt. Gelle, ja, ja, hoch. War jetzt kaputt. Hilfe. Was ist jetzt kaputt? Äh, ach, ich habe schon gedacht, ich habe schon gedacht, hier ist irgendwas. Oh Gott, haben die mich jetzt wieder erschreckt. Ich dachte, ach, Susanne, was machst du jetzt da? Ich meine, hallo? Oh, guck mal, die Svenja Schein ist hier, die Susanne ist hier, die Lena Johans, ist glaube ich, ist die auch eine, ist das auch ein Teenie? Aber guck. Ja, die sieht auch, also die beiden müssen wir uns merken, Lena Johans und Fanny Kirschfink, weil wir haben ja noch drei Brüder, ne? Ja, umso besser. Gut, ich glaube, die beiden könnten jetzt mal langsam was zu essen vertragen, oder warte mal, oh, wir sind auch vier Stunden, fünf, fünf, kannst du mal mit dem Stehblues aufhören und dann vielleicht, ja, er wünscht sich ein traumhaftes Date, das wollen wir auch. Was will sie noch? Spielen, spielen ist gut. Ja, komm, dann spiel doch mal mit ihr. Nein, 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 nicht weglaufen. Äh, äh, nicht weglaufen, Conny. Das gibt's hier nicht. Es wird nicht weggelaufen. So, dann nochmal, ähm, äh, weißt du was, wir haben denen noch keinen Witz erzählt heute. Und dann müssen wir unbedingt mit denen noch Kitzeln spielen. So, hm? Und dann wird's Zeit, dass wir vielleicht auch mal was essen. Damit wir hier auch nochmal weiterkommen. Oh Gott, und ich fang schon wieder schwitzen an. Das ist so grauselig. Ich muss ehrlich gestehen, die letzten Tage waren für mich, ja, die Hexe interessiert jetzt nicht, waren für mich echt ein Horror. Die letzte Woche. Weil's ja so über 30 Grad heiß war. Und, äh, ich bin, ich bin nur am Zerlaufen, am Zerfliesen. Ich hoffe ihr, also vor allem die, die jetzt Urlaub oder Ferien haben, haben's da ein bisschen besser konnten, das tolle Wetter natürlich, sag ich mal, für, äh, Seebesuch oder Freibadbesuch oder was auch immer nutzen. Und ja, ähm, so, du musst sie mal romantisch umarmen, bitte. Und dann möchte ich, dass du sie mal küsst. Und zwar, äh, romantisch, ja. Aber die Musik gefällt mir hier auch extremst gut. Wo ist denn hier das Ding, wo man sich, äh, da, an den Tisch führen lassen? Ja. Wir wollen an den Tisch geführt werden, bitte. Oh, jetzt will sie auch, was? Flirten und rumschußen, okay? Sehr fein. Lauf der Frau hinterher, sie führt dich. Hier an den Tisch oder hier an den Tisch? Ah, da an den Tisch. Okay, gut, sehr schön. Ich finde das hier richtig cool. Ich glaube, hier werde ich doch mal öfter hergehen. Also, gerade mit Teenies, man sieht, hier sind auch ein paar von denen. Das ist schon mal richtig fein. Ach so, ja. Ich wollte nur gucken. Ja, guckst du, was die anderen da am Essen sind? Ah, hallo, wer bist du? Unterhalten, äh, Zuprost. Das könnt ihr schon mal machen und dann, äh, erst mal hier bestellen. Ähm, für Conny bestellen wir, Conny mag, äh, äh, was mag Conny? Äh, Schweinekotelett. So, und, äh, du magst, Brathinchen. Halt, nicht weglaufen! Halt, hat der das jetzt gefressen, oder? Bestellen. Kommst du gefälligst her. Ah, ich hasse das, wenn die dann immer so schnell weg sind. Äh, komm mal gefälligst wieder zurück, du. Kommst du? Hallo, ich will was bestellen. Achso, ich hab schon bestellt. Okay, nee, dann ist gut, dann ist gut. Hat sich erledigt, hat sich erledigt. Ah, da ist, 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 ist okay. Ähm, ja, nee, hat sich, hat sich erledigt. Ähm, Oh Gott, nee, stopp. Ah, Mist, ich, äh! So, also, für Conny war es das Schweinekotelett, und für mich gibt's Brathähnchen, bitte so. Damit das jetzt auch klar ist. Weil er hatte nichts aufgeschrieben, und so wie ich das Funkeln deuten kann, ist eine gute Hexe angekommen. Wer ist denn da? Ich will mal, ach, das Spiel hängt. Juh, ich will mal kurz gucken. Ihr, ihr seid da ja lieb, ne? Wer ist das? Ist das auch? Ah, die Marielle Tönnissen. Und auch, wie, 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 süße Spektralkatze von Marielle. Guck doch mal, was die da rumhübt. Oh, wie süß. Ja, aber du gehörst leider nicht in unsere Challenge. Das ist jetzt ein bisschen nötig. Oh, guten Appetit, ihr zwei. flirten. Äh, Händestreicheln? Nee, was ist das? Ich mach so. Na, guck mal, was ist das? Ich bin, ich bin, ich bin, Küssen. Muskeln zuwerfen. Ja. Ach, ist das schön. Ich liebe das. Ob das so süß? So, kommt ihr erst mal weiter. Ich gucke mal so zu, dass wir nicht immer diese Anzeige da haben. Hm, das sieht lecker aus. Oh, mit Maiskolben. Ich hätt auch gern so ein Maiskolben. Und da, sie hat Rotkraut, wenn ich das richtig seh. Ich liebe Rotkraut. Und ich tropse. Oh Gott, und ich tropse. Wie schnell. Äh, während die am Essen sind, kann ich mich ein bisschen abtupfen. Komm, guck nicht so, gute Frau. Wir sind ganz lieb am Essen. Ups, Entschuldigung. Ach, ist das herrlich. Ich liebe das. Also, wir haben ein super Date, oder? Kann man ja wohl nichts sagen. Ähm, so, was wünscht sie sich noch? flirten und küssen. rumschmusen willst du? Okay. Und er möchte umarmen, rückenkraulen und rumschmusen. Na, super. Das passt. Mädel, komm, ess auf. Ja, und ich möchte ganz was anderes. Auf geht's, hopp, hopp, essen, essen, essen. Nicht so viel rumschalatschen. Komm, den schaffst du noch. Ja, sie hatte eine größere Portion, glaube ich. Aber ich finde es toll, wie die sich freuen und unterhalten und, ah, jetzt über die Schule schwatzen und, ja, ja, hast du auch den Lehrer da in Geometrie und so, ne? Komm, da prostet euch noch mal zu. Das ist noch mal nett und dann ist genug. Auf unser erstes Date und darauf, dass wir uns getroffen haben und begegnet sind und überhaupt. Und tralala. So, dann bitte. Äh, umarmen, feste drücken. Ahem. Ah, Gott. Ja. Flirt. Und, ähm, und, ähm, küssen. Küssen. so. Ungeschmosen. Ja. Ach, ist das schön. Glückla. Genau. Glückla. Was würde denn jetzt wieder? Mit ihm tanzen, Ja, das ist eine super Idee. Aber vielleicht nicht unbedingt im S-Bereich. Dann kommt er mal wieder hierher. So. Ich hoffe, sie folgt ihm wieder. Wie sich das für ein ordentliches Date gehört. Komm mit, komm mit, komm mit. Ja, 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 ja. Und da, genau. Ähm. Nein, das lasse ich. Nein, nix gibt's. Du lass uns mal in Ruhe, Sylvia Zenka, oder wer du willst. Auf, ich will mit meiner neuen Maus tanzen. Und zwar mal klassisch. Das konnte ich nämlich bisher noch nie. Ich will wissen, wie das aussieht, wenn die klassisch tanzen. Oh, ist das süß. Ach, schön. Das finde ich nämlich viel schöner, als das normale Rumgezappel. Ah, was ist das? Feste Beziehung. Jawoll. Und du willst, dass es auch... Du musst es wollen. Nee, dann dratsch lieber noch mal ne Runde. Und wertschätzen, rückenkraulen. Und... Ey, was war das? Warte kurz. Halt! Nicht weglaufen jetzt dauernd. Ich such was. Vorschlag. Feste Beziehung. Genau, das schlagen wir jetzt vor. Und dann haben wir nämlich noch einen Punkt zu vergeben. Mhm. Na? War das gut? Kann der das gut? Sag mal du, ich bin so verliebt in dich. Möchtest du meine feste Freundin sein? Ja. Ja. Das müssen wir doch gleich noch mal eng und schlucken wirken. Knudeln. Knudeln. Ach, das war doch einfach nur herrlich. So, was gibt es noch, was wir tun können? Also, sein Wunsch hat sich erfüllt, würde ich sagen. Und sie möchte noch mal angeflirtet werden und ihm den Rücken kraulen. Ja, das ist umgekehrt ein bisschen blöd. Aber wir können dich noch mal streicheln. Wie wäre es denn damit, hä? Ach, wir sind so verliebt. Es ist einfach so schön. Und umarmen noch mal rum. Ist nicht okay? Dann umarmen sie noch mal. Ah ja, das ist halt so. Und damit ist das Date auch vorbei. Juhu. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich jetzt hier verbracht habe. Ich habe auch nicht mehr auf die Uhr geguckt. Besser ist das auch. Aber ich hoffe, dass euch dieses Date genau wie mir es so gut gefallen hat. Und ja, auch dass die beiden jetzt zusammen sind und überhaupt und alles. Du gehst bitte nach Hause. Komm. Das Date hier ist rum. Also, ich denke mal, diesen Laden werde ich mir merken. Hier ist gut was los. Hier gibt es für jedes... Ja, jeden Geschmack was. Man kann hier lecker essen gehen. Man kann hier Spaß haben ohne Ende. Es ist... Heißt zwar Golden Fifties, aber ich fand das jetzt gar nicht so schlimm. Also, es war voll spritzig, witzig, jung, frisch. Ja, also, ich finde, das ist ein super Laden, gerade jetzt für die Teenies, um da auch mal ordentlich feiern zu gehen. Da können sie wirklich alles machen. Wenn sie knapp genug Spaß auf der Rechnung haben, können sie sich den da holen. Man hat ja gesehen, es kamen noch andere Teenies dazu, die ich mir unbedingt merken muss. Wie war das? Leonie und Fanny? Darf ich nicht vergessen. Für die anderen verbliebenen Brüder. Ja, und wir haben es geschafft. Unser großer Anton hat eine feste Freundin, hat seinen ersten Kuss gehabt, hat sein erstes Date und alles. Also, insofern, besser kann es nicht laufen. Er ist auch wieder Platin gelaunt. Also, alles wunderbar. Das heißt, er ist daheim. Ich mache jetzt hier auch direkt den Break. Im nächsten Part schauen wir mal, ob er schon ein Stipendium bekommen würde, weil das muss er auch noch abklären. Und vielleicht lassen wir ihn nochmal in Logik, war es glaube ich, oder was? Logik ist bei ihm ja so ausgeprägt. Vielleicht lasse ich ihn noch ein bisschen leveln, um das weiter voranzutreiben, dass er dann eventuell da auch noch ein Stipendium für kriegt. Und oder einfach aus Spaß an der Laune. Ja, und dann muss ich mich langsam wieder den anderen widmen. Immer einem nach dem nächsten. Oh Gott, oh Gott. Ich werde jetzt schon verzweifeln. So, aber das war es dann jetzt auch wirklich. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.